Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Dienstag, dem 4. Dezember 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 515 und ich habe heute die folgenden Themen für euch. iTunes-Karten, peinlich, Marktanteile, Tumblr und YouTube. Ich beginne mit den iTunes-Karten. Es geht auf ganz schnellen Wegen in Richtung, da kann man sich ja das eine oder andere Mal auch einen Gutschein schenken oder schenken lassen. Denn wer Apple Devices hat, das gleiche gilt natürlich auch für Google Smartphones, also Android Smartphones, da kann es manchmal sinnvoll sein, sich Gutscheinkarten schenken zu lassen, damit man Apps, Bücher, Videos oder Filme generell und Musik herunterladen kann. Und da, ein kleiner Tipp von meiner oder unserer Seite generell immer wieder, vor allem um Weihnachten herum, aber nicht nur durch das Jahr, gibt es in diversen Läden, diversen Online-Shops Möglichkeiten, da zu günstiger dazukommen. Aktuell gibt es in Deutschland zum Beispiel bei, was war das, Penny und Edeka, 15 oder 10% auf iTunes-Gutscheinen, je nachdem, was für eine Größe das ihr habt. Und da kann man doch schon den einen oder anderen Franken oder eben in eurem Fall Euro sparen. In der Schweiz ist aktuell, glaube ich, die Post, die da Möglichkeiten anbietet über ihre App, nicht in Offline dieses Mal. Und weiter geht es mit einem peinlichen Market, die sich wieder mal bei Samsung ereignet hat. Und da möchte ich jetzt gar nicht in Richtung Samsung bashen, sondern generell einfach ein bisschen die schlampige Arbeit oder halt eben so kleine Fehler, die halt mal passieren. Ich meine, mein Gott, die Welt geht nicht unter. Dennoch, man kann ein bisschen drüber schmunzeln. Denn in Brasilien wurde Werbung für das aktuelle Samsung-Smartphone gemacht. Und wovon haben sie das rausgeschickt? Ja, über Twitter und mit was für einem Device? Send from an iPhone. Ein bisschen unschön, aber ja, via Twitter for iPhone kann passieren. In diesem Sinne ist nichts mehr passiert. Es geht weiter mit den Marktanteilen. Es schaut ganz stark danach aus, als ob es Microsoft schafft, das erste Mal im Dezember, dass Windows 10 die Anteile von Windows 7 überholt. Aktuell liegen beide bei circa 38%. Windows 7 liegt noch knapp vorne dran. Aber eben wie gesagt, dadurch, dass jetzt natürlich Weihnachten ist und auch das ein oder andere Neugerät beim ein oder anderen unter dem Baum liegt, da könnte es natürlich sein, dass das Ganze jetzt langsam vorwärts geht. Dazu kommt ja, dass der Windows 7 Support ausläuft und somit ist allerhöchste Zeit, liebe Nutzer. Gebt mal weg von diesem Windows 7. Windows 10 ist eine coole Geschichte, funktioniert und läuft vor allem stabil. Tumblr, Tumblr, wie man es auch immer aussprechen mag, ist eine Plattform, eine Bilderplattform. Da gab es und gibt schon seit vielen Jahren viele Bilder, GIFs und solche Geschichten. Was in den letzten Jahren immer mehr da gekommen ist, sind Inhalte erwachsener Natur. Also eben, ja, halt Dinge, die Kinder nicht unbedingt sehen sollten. Einer der Gründe, weshalb ich mich vor einigen Jahren auch von Fumble getrennt habe und da nicht mehr wirklich was aus dem App Store bei Apple rausgeflogen. Unter anderem eben auch wegen diesem Grund, könnte man meinen. Und ja, per 17. Dezember, also in 13 Tagen ist soweit, fliegen wahrscheinlich 90% des Inhalts von Fumblr raus. Alle Bilder, die nicht den Sitten Amerikas entsprechen, fliegen raus. Ob es nutzt von euch jemand Fumblr noch? Wenn ja, für welchen Zweck? Ausser eben diese Bilder, die ich gerade meinte. Ja, gehen wir weiter. Im Play Store, da hat es im Gegensatz zu Apple und Microsoft eine Zahl, die jeweils dazu steht. Sprich, wie viel mal das die App installiert wurde. Da weiss man nie genau, wie das gezählt wird, einmalig pro Gerät. Oder wenn ich was lösche und wieder runterlade, lösche und wieder runterlade und lösche und wieder runterlade. Was ja immer wieder mal passiert, vor allem auch wenn man neu aufsetzen muss etc. Da weiss man nicht genau, wie man zählt. Aber was man weiss ist, dass jetzt mittlerweile die zweite App es geschafft hat, in den 5 Milliarden installierte Geräte einzutreten. Und das ist nach der Google Play Service App, YouTube App. Logischerweise hat Google das deshalb geschafft, weil die Apps vorinstalliert wurden. Wenn man sich da die anderen Zahlen anschaut, welche die 1 Milliarde Marke geknackt haben, sind da vor allem Facebook Apps mit dabei. Seien es die Facebook Apps selber, der Facebook Messenger, WhatsApp und Instagram. Die, die eben nicht vorinstalliert sind und es dennoch geschafft haben, so viel mal drunter zu sein. Doch wenn man sich die Zahlen ein bisschen genauer anschaut. Google gesagt ja immer wieder und hat auch an der Google I.O. diesen Frühling erst gesagt, aktuell sind 2 Milliarden Android Devices auf diesem Planeten unterwegs. Wie kann es dann sein, dass 5 Milliarden Installationen stattgefunden haben? Und da ist es halt eben schwer anzunehmen, dass die Apps doppelt und dreifach gezählt werden. Wenn ich bedenke, wie viele Mal auf all meinen Smartphones die ganzen Apps schon installiert und deinstalliert habe, da kommt dann schnell ein bisschen was zusammen. Somit eigentlich fast schon eine kleine Zahl. Aber ja, dennoch Gratulation an Google und YouTube. Und das war's auch für heute. Das waren die Neuigkeiten, die ich habe zusammenkratzen können für euch. Euch einen wunderschönen und guten Start in den Dienstag. Viel Erfolg. Und ja, wir hören uns, wenn ihr mögt, morgen schon wieder am Mittwoch. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.